Wir sind auf Exkursion. Servus Leute und wir kommen vom schönen Zauchensee in Österreich. Da wird man dann wieder Ski und Snowboard. Das ist eben die letzte Mal ein bisschen mehr Adventure. Wir haben hier eine schöne Abfahrt vor uns. Und da fahren wir jetzt einfach mal runter. Mit dabei ist der Snowboard Protino. Es kommen noch ein paar schöne 360 Shots. Wir haben keinem klar was wir machen. Let's go! Wir sind auf der anderen Seite. 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 Musik 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 Teatime Teatime Ah Musik 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 Das war ein ziemlich nice rundherum, oder? Das war mega sick! So Leute, das war es mal wieder vom Skifahren am Zauchensee. Die Sonne hier ist weg, das Wetter ist jetzt mau, das heißt ihr seht nichts mehr im Schnee, keine Konturen mehr. Somit macht es auch keinen Spaß mehr zuzugucken, ich hoffe ihr hattet Spaß heute mit dem Kram, den wir so getrieben haben. Es war wahrscheinlich ziemlich viel Tino drin, weil ich absolut am rumgucken bin meistens, deswegen schaut bei Tino vorbei, ist in der Endcard, haut rein, das nächste Mal ist wieder ein Bike Video am Start. Tschüssi! Musik